Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Dead Start von MacDart. Wie ihr seht, wir haben hier zwar schon ein paar Darts hingelegt, die wir vorbereitet haben, aber wir haben uns heute spontan überlegt, wir machen mal was anderes. Ihr habt mit Sicherheit in unserer Instagram-Story schon gesehen, dass wir uns einen neuen Drucker zugelegt haben. Und was es mit dem Drucker auf sich hat und warum wir hier einen Zahlenring haben, darauf gehen wir jetzt ein bisschen ein. Wir haben uns überlegt, was gibt es denn für Möglichkeiten, den klassischen Zahlenring hier ein bisschen moderner zu interpretieren und vielleicht ein bisschen anschaulicher darzustellen. Dafür haben wir vorne einmal bei uns eine Bordanlage. Ich guck's einfach mal mit, Mario. Dafür haben wir einmal hier ein Surround von uns bedruckt mit den Zahlen drauf. Das heißt, ihr braucht keinen Zahlenring dafür mehr. Das Ganze haben wir einmal in der schwarzen Variante und Martin hält gerade brav die rote Variante hoch. Ja, ich würde sagen, wir haben das Ganze jetzt hier erstmal ohne Corona-Lichtring hingehangen, damit ihr das euch einfach ein bisschen besser vorstellen könnt. Wir bauen jetzt gleich das Corona mal dran und dann wird euch der Martin auch nochmal ein bisschen kurz was zu der Bedruckung sagen. So, wir haben jetzt hier einmal das Corona drangehangen, das Lichtsystem. Wie ihr jetzt gerade aus der Position von Mario seht, also der steht gerade an der Abruflinie. Ihr könnt die Zahlen alle einwandfrei erkennen und wenn wir jetzt mal einfach simulieren würden, ich würde hier schreiben, wir haben jetzt keine Schreibstrafe, aber selbst ich hier als Schreiber an der Seite kann alle Zahlen wirklich deutlich erkennen. Ja, zum Thema Druck habe ich ja gesagt, der Martin kann euch da noch ein bisschen was zu sagen und ich würde einfach sagen, ja, schieß mal los. So, also habt ihr jetzt gesehen, wir haben einmal die HD-Zahlen auf dem Surround in schwarz und in rot und es gibt jetzt auch in naher Zukunft die Möglichkeit, dass ihr euer eigenes Design auf dem Surround bringt. Also wenn ihr dann hier oben einen Schriftzug haben wollt und hier ein Logo haben wollt und hier unten was weiß ich was haben wollt, dann ist das kein Problem. Dann könnt ihr die Datei für uns anlegen, das durchschicken und dann drucken wir euch das. Also das findet ihr bei uns im Shop. Ähnlich wie die bedruckten Fly-Zit das Ganze ablaufen. Das heißt, ihr stellt uns vorher die Datei, stellt uns diese dann zur Verfügung. Wir gucken das Ganze, wenn ihr wollt nochmal gehen, kontrollieren davon, ob das alles so machbar ist und dann drucken wir euch eure eigenen Surround. Vielleicht auch gerade für Vereine ganz interessant, wenn man eine Bordanlage aufgebaut hat, dass man dann noch schön seinen eigenen Vereinsnamen hier oben oder unten drunter hat oder das Vereinslogo. Ich denke mal, das ist eine ganz feine Sache. Ja, also wie gesagt, die Sachen sind ab sofort verfügbar. Also den Surround mit dem Zahlenring drauf könnt ihr ab sofort bei uns bei MacDart.de bestellen und die personalisierten Artikel, die werden in der nächsten Zeit dann einfach dazu kommen. Ja, ich würde sagen, das war jetzt mal eine kleine spontane Nummer 9 heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem weiteren DART, den wir dann wieder vorstellen. Und ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.